Guten Morgen zusammen. Caravan Salon 2020 in Düsseldorf. Der erste Tag. Los geht's. Fantastisch. Wir dürfen auf die Messe. Begleitet werde ich von dem. Aber die liebe Sonja ist auch dabei. Versteckt sich hier so ein bisschen hinter dem blauen Trampel. Aber das macht ja nix. Wetter ist wieder typisch. Wie immer, wenn ich unterwegs bin. Lieblingsform der Bewegung. Nicht laufen, trotzdem vom Fleck kommen. Wir sind im Bus und ich habe ihn komplett für mich alleine. Keine Sau unterwegs. Naja fast. Der Bus hat uns vor Halle 9 rausgeworfen. Jetzt laufe ich zu Halle 15 und schau mal bei Megamobil vorbei. Wir haben irgendwas 8 Uhr. Die Messe macht um 10 auf. Deswegen noch sehr leer. Und so sieht eine leere Halle aus. Hier haben wir dann am Ende der Halle die Tournee und daneben Megamobil. Und hier sehen wir dann MAN Fahrzeuge rumstehen oder ein Peugeot mit Hochdach. Der Hauptgrund für unseren Besuch hier aber der Mega Lounge 640. Neu. Und darum geht es. 640er, 6-Gang-Schaltung, 165 PS, 3,5 Tonnen Chassis mit gehobener Premium Line Ausstattung und diesem Endpreis. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er ein Leergewicht von 3.115 Kilogramm. Das ist nicht leicht. Hinter mir steht der neue Mega Lounge 640. Den schauen wir uns jetzt an. Ja, ist zu. Ja, solange wir da keinen Blick ran werfen, blicken wir mal woanders hin. Mit dabei auf der Messe auch Globe Traveler mit fünf Fahrzeugen. Doch auch hier alles noch am Schlafen. Ja, wir sind hier in der östlich angehauchten Ecke, denn auch Robeta ist hier gleich ums Eck mit zwei Fahrzeugen. Auch da noch nichts los. Und die Freunde von Nordvan auch hier spezialisiert auf, ihr seht es, VW-Ausbau. Und der hier sieht doch nicht mal nur von der Farbe interessant aus, sondern auch das, was er auf dem Dach hat, habe ich jetzt so auch noch nicht häufig gesehen. Hochdach. Hier als Allrad-Variante. Damit kommt man also auch ein bisschen tiefer in den Dreck. Und das Ganze sieht eigentlich recht harmonisch aus, finde ich. Ja, und bei Nordvan wachsen die Pflanzen sogar in den Vans. Ich hoffe, ihr seht das. Der ganze Van, voll Grünzeug. Aber mit dem Aufstelldach haben die Pflanzen natürlich auch genug Platz, um zu wachsen. Und dann haben wir hier Ballcamp. Gucken wir mal, ob da keiner ist. Nein, da ist keiner. Da stehen noch die Reste von gestern Abend rum. Bierflasche. Das sieht mir irgendwie nach Gin Tonic aus. Ja, das war leider irgendwie zu erwarten gewesen, dass man nirgendwo reinkommt, weil es halt noch früh ist. Das dürfte sich irgendwann ändern. Das Schöne ist aber, man kann einfach mal ein bisschen über die Messe schlendern und so ein bisschen sich zurechtfinden und gucken. Tournee. Da hatte ich eigentlich echt gehofft, ein 6,40er zu sehen dieses Jahr. Dann hätte ich mich sehr gefreut. Aber so wie mir das hier aussieht, ist das nicht der Fall. Das sind alles 6 Meter Vans. Schade. Denn 6,40 würde dann bedeuten Längsbetten. Mehr Platz zum Pennen. Mehr Platz generell im Van. Und mehr Platz finde ich persönlich sowieso immer gut. Ja, ihr wisst ja, wie das ist. Morgens die Augen, das Hirn noch nicht ganz am Start. Jetzt habe ich hier gerade jemanden getroffen, der sich auskennt. Tournee bringt den 6,40 Meter Van. Der ist einfach nicht fertig geworden zur Messe. Also er kriegt 40 Zentimeter mehr ab November. Das wird geil. Den will ich filmen. Also hier sind wir jetzt noch. Das sind die Ersten, die ich hier getroffen habe. Lebendige Menschen an einem Stand. Wir sind hier bei Phantom. Phantom Mobil. Genau. Und das sind die Spezialisten auf Allradantrieb und cooles Design. Guckt euch das mal an. Hier haben wir ordentlich eine Rüssel. Der hilft nicht nur bei Wasserdurchfahrten, sondern hat meist auch noch einen Vorfilter drin und filtert Stab raus aus der Sahara. Also wurde gerade korrigiert. Filter hat da nicht drin. Kann man aber draufpappen. Dann hat er natürlich hier vorne einen ordentlichen Kuhfänger und geile integrierte LED Funzeln auf dem Dach. Ordentlicher Balken drauf. Und robuste Felgen mit Seitenschweller hier entlang. Also schon mal ein Auftreten. Das verrät. Damit kann man jetzt grobe. Ja, hier wird mitgedacht. Das ist für den großen Auftritt. Wer seinen Kanu-Kajak aufs Dach schieben will, hat hier oben eine Rolle, wo man das Kajak drüber rollen kann. Für die leichte Montage. Dann haben wir im Keller natürlich, wie das sich gehört eigentlich, Airline-Schienen. Zur Befestigung von allem, was man so mitnimmt. Ordentlich cooler Platz. Schöne Schiebregale. Nichts, was man irgendwie aufklappen muss und wo man den halben Keller ausräumen muss. Das finde ich echt cool. So, schauen wir mal kurz rein. Da gibt es noch was cooles. Wir haben hier einen Kühlschrank vorne. Das ist ein optionaler Kühlschrank für die Surfer unter uns. Aus dem Wasser gesprungen. Schnell mal ein Bierchen, eine Coke oder ein Wasser. Da brauchst du nicht durch den ganzen Van rennen. Denn der eigentliche Kühlschrank, der versteckt sich unter einem breiten Bett. Wir gehen also mal rein. Ihr seht schon hier eine riesig lange Küchenzeile. Und hier bin ich jetzt schon unterm Bett. Über mir das Lattenrost. Das klappt über meinem Hirn zu, wenn ihr hier aufpasst. Ist aber befestigt natürlich. Und hier der Kühlschrank. Hat eine Größe. Ja, für ein, zwei Personen geht das so gerade. Das heißt also, ein Van mit zwei Kühlschränken. Dieser hier ist Standard unterm Bett. Der andere optional. Das Bett mit 1,60m breite, super kleiner Länge. Mit 1,88m darf man einfach nicht zu groß sein. Auch die Dinette bietet gut Platz. Man kann hier schön sitzen. Hat den Tisch breit genug, um hier zu zweit gut zu essen. Und vorne dann das Cockpit. VW-typisch. Gibt keine Rätsel auf. Das war Phantom. Dazu gibt es ein separates Video. Der hat mir gut gefallen. Ist ein tolles Konzept. Und jetzt gucken wir mal weiter. Mal gucken noch mal, ob bei Megamobil schon einer aus dem Bett gefallen ist. Nicht wirklich. Da ist immer noch alles Schlafmodus. Ja, und in der gleichen Halle haben wir Karmann. Schauen wir mal da kurz vorbei. Und da steht schon was Interessantes für die Hubbett- und Motorradfraktion. Wir gucken uns hier aber nicht das Bild an. Denn zufällig steht der Van auch hier. Und da seht ihr schon, worum es geht. Riffelblech, Auffahrrampe im gleichen Design, die dabei ist. Hier geht es um Hubbett und viel Stauraum für schweres Gerät. Das Hubbett läuft elektrisch. 250 kg Maximalbelastung. Und dann fährt das hoch und runter. Weiß und dunkles Holz dominiert hier den Van und das Licht eben. Und ein großzügiges Bad ist mit am Start. Wir sind hier halt in dem 640er. Da merkt man wieder ein bisschen mehr Platz überall. So viel mal zu dem neuen Karmann Davis 36. Gucken wir mal weiter, was es sonst noch so gibt. Ja, da tritt mich doch ein an Elch. Karmann mit Aufstelldach. Aufstelldächer dieses Jahr irgendwie so ein bisschen bei allen zu sehen. Knaus Weinsberg haben auch neue und noch diverse andere. Man versucht den Lebensraum zu erweitern. Aber auch bei sowas sei immer gesagt und im Hinterkopf zu behalten, ein Dach wiegt circa plus minus 100 Kilo. Die gehen auf das Gesamtgewicht drauf. Bei dreieinhalb Tonnen sinkt die Masse der Zuladung dadurch deutlich. Und wir schauen mal rein hier. Und da grinst uns als erstes natürlich eine Leiter. Aua. Oh Kopf. Damme der Hölle. Wie oft bin ich schon in die Autos eingestiegen? Das ist mal eine üble Kante hier. Also steigen wir mal ein. Gehen wir rein. Steht uns schon die Leiter im Weg und lädt uns ein, hochzuklettern. Ja, Leiter war nicht gescheit eingesteckt oben. Jetzt ist der Tisch nicht mehr ganz so im Weg. Wir können also mal die Leiter erklimmen und treffen dann hier auf viel Platz. Und vor allem einen schönen Ausblick von oben. Das ist halt das Coole, wenn man dann oben liegt, sitzt oder schläft. Morgens der Blick über alle. Ja, so wird ein Van, der eigentlich sechs Meter ist und für zwei Leute hinten Querbett hat, plötzlich ein Van für vier Leute. Denn zwei pennen oben. Das geht Frühling, Sommer, Herbst wahrscheinlich gut. Im Winter könnte ich mir auch vorstellen. Bisschen kühl. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so bleibt, aber da drunter ist das nackte Dach. Da ist keine Unterlage, nichts. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Ansonsten großzügige, die Netbank, Küchenzeile. Schön gemacht. Das Design ist eigentlich ganz ansprechend hier. Badezimmer, geräumig für ein sechs Meter Van. Schön Platz auch zum Duschen. Und im Heck Querbetten. Genauso wie Stauraum hinten drunter unter dem Querbett. Das ist der Schnelldurchgang durch den Davis View. Wir gehen mal weiter. Ja, da bin ich immer noch bei Karmann und stolper jetzt über den Davis 620, das Sondermodell. Den gibt's mit Top-Ausstattung, mit Riesenpreisvorteil für unter 50k Euro. Ja, wenn man in den 620 mal reingeht, dann sieht man hier, der hat im Ausstellungsfahrzeug die Style-Ausstattung. Die ist nicht drin, leider. Aber vorne ein Fenster raus wäre dann dabei. Also die haben ja leider nicht das 1 zu 1 Fahrzeug stehen. Aber ansonsten ist das sicherlich ein Van, den man sich mal anschauen sollte, wenn man einen 640er sucht, mit Längsbetten. Festbad und grundsätzlich ordentlich Platz. Das Style-Paket, also mit diesem LED Ambiente-Licht, das gibt es optional aber noch dazu zu kaufen. Ist aber in den 50.000 nicht drin. Kurzer Blick ins Bad. Das haben wir jetzt auch schon in anderen Fahrzeugen gesehen. Das ist überall verbaut und gefällt mir persönlich ganz gut. Im Heck dann die große Liegewiese für alle, die gerne Längs liegen. Absorber-Kühlschrank, also läuft mit Gas. Violette Beleuchtung, kleines Eisfach. Ansonsten geht's in Ordnung. Sehr tief ist der Kühlschrank nicht. Womit ich mich nicht ganz so anfreunden kann, ist der Keller. Ist hier unterteilt, verschachtelt, verbaut. Das wäre jetzt nicht so meins. Persönlicher Geschmack, andere mögen's. Dafür, das gefällt mir wieder, hier das Gasfach. Leicht zu be- und entladen. Das also in kurzer Kürze, das Sondermodell 620, Carman Davis. Und jetzt gucken wir mal weiter. Es gibt ja noch ein paar andere Hersteller. Ja, doch noch mal bei Carman hängen geblieben. 4x4 zieht immer. Und bei 4x4, da sehen wir einen, den wir gestern schon gesehen haben. Tino, schwer beschäftigt mit Katalogen. Servus, Tino. Na? Geht's gut? Na klar. Wunderschön. Und das hier ist nämlich, ich sag's mal, sein Reich. 4x4, er fährt auch ein, fährt damit durch Island und durch Bäche und Flüsse. Das ist seiner hier am Strand stehen. Er stand auch schon mal in Island am Strand und hatte ein Problem. Das zeigt er in seinen tollen YouTube-Videos. Und dazu kommt, dass er sich mit Technik, Elektronik, Elektrik auskennt und auch selber schraubt und diesen Service anderen anbietet. Der Dexter 560 4x4, ich hab den schon mal gefilmt. Ein Fahrzeug mit Fahrradantrieb, sequentieller Steuerung, 6 Meter und Heckbett. Ein paar Neuerungen, so ist zum Beispiel die Außendusche jetzt hier vorne direkt am Eingang. Die Küchenzeile wird verlängert. Das bedeutet, man hat ein bisschen mehr Platz zum Schnipseln. Das ist sehr angenehm. Der Durchgang aber immer noch breit genug, um da entspannt reinzulaufen. Das machen wir jetzt. Sehen auch, dass hier vorne das Fach anders aussieht. Abgerundeter. Vorne über dem Cockpit gibt's kein Fach. Da gibt's nur Taschen, um Zeug zu verstauen. Küchenzeile gefällt mir jetzt deutlich besser. Zwei Gaskocher natürlich und ein Wasserhahn, wobei es vertauscht ist. Das sieht man auch nicht so häufig, dass erst das Waschbecken kommt und dann die Gasbrenner. Mal was anderes. Hier haben wir noch neu ein kleines Gewürzregal. Auch das Bad wurde in meinen Augen positiv angepasst, denn es gibt jetzt auch hier die Abtrennung zu Waschbecken und WC. Es braucht also keinen Duschvorhang, sondern man duscht hier einfach mit geschlossener Tür linksseitig. Leider nur ein Dachfenster und kein seitliches Fenster. Und für ein 6m Van ist das mal richtig Platz zum Duschen. Also da stößt du nirgendwo an, wenn du so groß bist und breit bist wie ich. 1,80m und das macht es echt angenehm. Das Waschbecken klappbar und dann kann man sich auch auf den Thron setzen und hat genug Platz hier. Im Bad auch schön die Schiebetürlösung, die ist schön aufgeräumt, verstaut und nimmt vor allem im Gang keinen Platz weg. Hinten im Heck, im Querbett, ist der Hängeschrank hier rechts ein bisschen schlanker geworden. So hat man einfach im Beinbereich mehr Platz und kann auch mal den Kopf wenden, von der linken auf die rechte Seite, falls man schräg steht. Interessante Neuerungen, die sicherlich Sinn machen und preislich sicher ein attraktives Fahrzeug mit 4x4 und dann noch on top die Messeaktion. Fünf Jahre Garantie aufs Neufahrzeug. Das kriegt man auch nicht überall. Finde ich gut. So und jetzt gucken wir wirklich mal, ob es noch andere Hersteller gibt. Also wir verlassen Carmen jetzt definitiv. Mal laufen mal woanders hin. Ja und ihr seht schon, wir haben ja noch was vorgehabt. Megamobil müssen wir ja noch. Gucken wir mal, ob jetzt was los ist. Sieht belebt aus. Geht auf 11 Uhr zu. Und bei Megamobil geht es genau um den hier. Megalounge 640 Neuheit. Vorhin standen wir vor verschlossener Tür, jetzt ist die Tür auf. Aber der Van ist belegt. Wir können nicht rein. Wir gehen mal rein in das gute Stück und ihr seht schon, irgendwie alles anders bei Megamobil. Das Bad am Eingang, das kennen wir. Schön Platz drin. Und wenn man dann nach hinten schaut, wird es richtig cool. Eine tolle Sitzgruppe, richtig viel Platz. Ja und da sitzt man hier wie der König. Ist das cool. Ich finde ja Hecksitzgruppen generell eine tolle Sache. Allerdings ist dann natürlich immer die Frage, wo schläft man denn dann? Hat der vorne ein Hubbett oder wie geht das? Das Thema Schlafen zeige ich jetzt, wie das geht. Einfach per Druck runter. Okay. Und dann senken wir ab und ich gehe mal aus dem Bild. Das geht aber flott. Da sind drei, auf jeder Seite also sechs und hier oben sind da nochmal sechs. Wow, viel Stauplatz also. Genau. So, Bett ist unten. Ein riesiges Bett. Wir sind also hier bei zwei Meter Liegefläche, also sogar über zwei Metern und bei einer Breite von 185 Zentimeter. Also fantastisch. Und der Einstieg ins Bett wird dann noch durch die herausziehbare Trittstufe erleichtert. Das ist cool und einfach und simpel und stabil. Hinter der Sitzgruppe gibt es dann auch sogar noch Stauraum. Und natürlich, wie man das bei Megamobil kennt, alles schön verkleidet, gut isoliert, gut verarbeitet. Und hier nochmal von außen der Blick rein in die Sitzgruppe. Ich finde sie echt cool. Ja, das ist der schnelle Durchgang durch den Lounge 640 von Megamobil. Und wir ziehen mal weiter und gucken, was uns noch über den Weg geht. Aber erst müssen wir hier noch unsere Standmarke abgeben. So, erledigt. Weiter. Ja, guck an. Da steht man mal bei La Strada rum. Und wen trifft man hier? Das Avanti und Tour Team. Was treibt ihr denn hier? Lass deine Maske auf. Ja. Er ist wieder schüchtern heute. Er geht aus dem Bild. Ja, wir erreichen wieder Globe Traveller. Da waren wir heute Morgen schon. Da war bedeutend weniger los und alles zu. Und schon wieder die zwei. Ist ja schlimm. Wenn du uns nachläufst, was sind wir dann... Wie lange lauft ihr vor mir her? Kann ich ja nicht. Nicht nur das Avanti-Team steht hier rum. Bei Globe Traveller gibt es einen neuen Fahrrad-Träger. Da stellst du einfach das Bike drauf und schiebst es dann rein. Komm, Dirk, schieb mal rein. Mach dich. Mach dich. Mach dich. Ach so, den Fahrrad. Ja, Entschuldigung. Das hier ist kinderfreundliches TV. Arretiert. Was doch mal der... Dirk kriegt das wieder nicht hin. Oh Mann. Ja, dafür haben wir doch hier einen Profi. Ein Profi. Erstmal muss man die Arretierung lösen. Boah, das ging aber haarscharf. So, und dann ist das Bike verschafft. Diebstahl gesichert. Umwelteinflüsse kommen nicht mehr dran. Das ist eine geile Lösung. Und man hat immer noch gut Platz hier für anderes Zeug. Genau. Für dich da reinzustellen und die Tür zuzumachen. Dirk will mich loswerden. Ich steig mal ein. Ja, es wird ja auch mal Zeit, dass hier das sehr gut ist. Man vermisst wie der Kameramann. So. Aber endlich mal Ruhe vor denen. Was mache ich mit den beiden in deinem Auto? Die musst du adoptieren. Nee, werden die gefüttert. Aber die holen sich das selber bei dir. Okay, alles klar. Ciao. Tschüss. Ah. GoPilot, du musst mich abholen. Dirk hat mich eingesperrt. Du, das ist kein Telefon. Oh. Das ist eine Dusche. Scheiße. Dann lass mich hier rein. Ja, scheiß GoPro, oder? Mein läuft schon seit einer Stunde. Hallo. 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 Er kämpft mit seiner GoPro 8. Ist ja was ganz Neues. Ich weiß gar nicht. So, jetzt sind wir gerade still einen kleinen Moment. Dieser Kaffee wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Mark Hütter und Globe Traveler. Wir sagen vielen, vielen lieben Dank, Susanne, für die Kaffee. You're welcome. Wir stoßen an auf gute Geschäfte bei Globe Traveler, sagen danke für den Kaffee. Oh, ist das heiß. Und Prost. Und der mempt schon wieder rum, weil der Kaffee heiß ist. Und jetzt erklären wir mal, was wir mit Nikos machen. Wie weit seid ihr jetzt? Ist die Kamera aus? Ja. Hör mal aus. Wir müssen mal kurz ausmachen. Ja, siehe da. Wir sind weg von der Wand hier in Tour und kommen jetzt bei La Strada vorbei. Da steht der Nova EB rum. Da gehen wir aber nicht rein. Ansonsten stehen hier hauptsächlich Fahrzeuge mit Hochdach. Dafür ist La Strada wohl bekannt, sagte mir ein befreundeter YouTuber. Der sich irgendwie mit La Strada auskennt. Normal hohe Fahrzeuge gibt es bisher mit Querbetten auf 6 Metern oder halt irgendwie auf Krawall gebürstet. Hier der Regent. Jetzt aber und das ist neu. La Strada mit Normalhöhe auf 6,40 mit Längsbetten hinten. Der Avanti E. Da schauen wir doch mal kurz rein, oder? Die Dinette sieht normal aus. Ist jetzt nichts, was irgendwie ins Auto gesticht. Küchenzeile ohne viel Arbeitsfläche. Allerdings hier schön ausklappbar. Das gibt dann richtig viel Länge nochmal. Ja, über das Design des Bodens kann man sich jetzt streiten. Also für mich sieht das nach Fabrikhalle aus so ein bisschen. Das verspürt jetzt nicht den schönen Charme. Geht man mal nach hinten durch, trifft man auf die Betten. Längsbetten. Bad. Größe geht in Ordnung. Man kommt wahrscheinlich mit den Beinen mal hier und da in Berührung mit dem Klo. Aber ansonsten sieht das ganz schön aus. Und auch was den Platz angeht, wenn man hier drin steht, ist das ausreichend, um hier zu duschen und sich zu bewegen. Und eine ziemlich coole Küchenzeile. Das sieht mal echt wertig aus. Edelstahl hier verbaut. Das kommt schon cool. Im Heck haben wir einen recht hohen Stauraum, weil das Bett irgendwie gefühlt ziemlich hoch hängt. Und aber auch verbaut mit weiteren Schränken. Gasflasche. Das ist natürlich schön mit Auszug. Dennoch, wenn was davor steht, muss man erstmal den Keller ausräumen. Ja, und hier Avanti on Tour. Guckt in jede Schublade. Er kann sogar gerade aufrecht stehen, obwohl das kein Hochdach ist. Ich höre ihn wieder schimpfen über Travel Camping Living. Das ist wirklich schlimm. Aber ich wollte euch noch die Kochstelle. So sieht Dirk aus, wenn er eine tolle Kochstelle mit Edelstahl sieht. Ja, nicht nur mit Edelstahl, lieber kein, sondern mit Gusseisen. Das habe ich auch schon, ja. Das hast du wahrscheinlich gar nicht erklärt. Doch. Ich habe es nur nicht gesagt, weil mir der Name Gusseisen nicht einfiel. Ja, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Genau. Du bist halt eine Laberbacke und ich gehe nur so drüber. Das in Kürze der La Strada. Wir gehen wieder raus. Und jetzt muss ich hier mal den Akku wechseln. Es blinkt. Hier bei La Strada sind wir fertig. Jetzt gehen wir mal noch kurz bei Malibu vorbei. Hier gibt es nämlich irgendwie neue Fenster, hieß es. Ich bin jetzt kein Fensterexpert und habe auch von Camping wenig Erfahrung. Hä? Dein Kanal heißt Travel Camping Living. Oh, echt? Da habe ich wohl was falsch verstanden. Ja, da habe ich wohl irgendwas falsch verstanden. Aber jetzt gucken wir mal auf Fenster. Es geht hier nicht um meine Unwissendheit, sondern um Fenster. Das sieht mir hier eigentlich aus wie normales vorgehängtes Fenster. Jetzt sagt Malibu, das sind neue Fenster oder eine neue Einbauart vielleicht eher. Der Rahmen ist neu, ne? Denn wir haben jetzt hier einen Rahmen. Den gab es bisher nicht. Den haben sie um das Fenster herum gebaut. Witzigerweise obenrum nicht, sondern nur hier seitlich und dann unten entlang. Was sagt man denn dazu jetzt? Also ich habe was dazu bei Avanti On Tour gesagt und ich möchte es hier ungern wiederholen. Gut. Es sieht interessant aus, sage ich mal. Das ist sehr... Wo da jetzt der Mehrnutzen ist, hat das eine bessere Isolierung und es ist noch auffälliger. Ich weiß, jetzt ist mir nicht ganz klar. Also hier steht auch drauf, um was es geht. Malibu Premium Fenster. Also macht euch eure eigene Meinung. Aber ein Fenster wird in meinen Augen nicht Premium, nur weil ich einen Rahmen drum baue. Also halten wir nochmal fest, das sind eigentlich vorgehängte Fenster, um die ein Rahmen gebaut wird. Also da lobe ich mir meine schön integrierten in die Karosserie Fenster. Ja und die Rahmen, diese tollen Rahmenfenster, Premium Fenster, gibt es auch nur für Seite. Hinten sehen die weiterhin stinknormal wie vorgehängte Fenster aus, weil es ist ja kein Platz für einen Rahmen. Und dann sind sie auch noch komplett durchsichtig, dass einem jeder in der Van glotzt. Und für heute glaube ich, haben wir genug Maskenluft gearbeitet. Das war's, wir sind echt durch. Zurück dahin, wo wir heute Morgen gestartet sind. Das könnte ja auch schneller laufen, das gibt ja einen ewig langen Clip. Eine Kamera kann ja nicht so schnell, deswegen machen wir das langsam. 35 Minuten warten wir jetzt hier auf den Bus. Wir hätten schon vier Bier trinken können und uns glücklich vor dem Van befinden. Und das ist auch nur ein verfluchter Linienbus. Der da hinten dreht schon gleich am Rad. Und ich habe Hunger und wenn ich Hunger habe, dann mache ich das auch bald. Das war nur der Linienbus. 40 Minuten später. Ein Bus! Oh, dass man sich so über den Bus fahren kann. Aus dem Bus ausgestiegen und wisst ihr, was das Schönste ist? Maske in die Tonne. Und jetzt laufen wir zu den Vans. Ja, Messefazit. Am ersten Tag, wenig los. Es ist Freitag, vielleicht morgen dann deutlich voller, weil eben Samstag. Aber man sieht ganz deutlich, die Parkplätze hier jetzt auch bei Weitem noch nicht gefüllt. Im Hintergrund stehen sonst normalerweise auch Fahrzeuge. Nichts. Und auch hier auf Parkplatz 1 Nord 3 sind wir hier. Viel Freifläche. Auch auf der anderen Seite, es ist nicht wirklich voll. Deswegen trifft man auch immer wieder die gleichen Leute. Da latscht immer einer nebenan. Co-Pilot! Friedrich! Die liegen noch da hinten. Das glaubst du nicht. Faules Pack! Habt ihr eigentlich gewusst? Wenn man M&Ms isst und dazu Träubli, dann hat das keine Kalorien und ist gesund. Und bei Gott gelogen. Hier wird gegrillt. Ja, hier wird wieder alles verbrannt. Das kann doch nicht wahr sein. Das wird alles schon wieder schwarz. Und der Grill ist schuld. Der Grill ist scheiße. Der wird an einer Stelle total heiß und hier überhaupt nicht. Was ist das für ein Grill? Das ist denn für uns neues Safari Chef 2. So ein Dreck. Das ist ja wirklich Dreck. Dass wir den alten noch haben. Wir gucken mal nach dem Flammenbild. Das sieht eigentlich gut aus. Ja, ich nehme jetzt mal die Grillpfanne. So schlimm sehen die jetzt nicht aus. Aber sie haben Hotspots, ne? Tja, wir versuchen mal unser Glück mit einer Grillpfanne. Die schwarzen Spots sind noch von dem anderen Aufsatz. Ja, da der. Und die lag direkt daneben, ne? Guck dir das an. Aber sind wir ehrlich, ne? Das überrascht uns jetzt nicht wirklich, dass wir hier schwarze Ware vorgesetzt kriegen. Das wäre ja sonst nicht Dirk Grillen, sondern das müssen wir umbenennen. Und außerdem, ne? Der Avanti ist ja auch schwarz und der Humor auch. Also passt das ja zur Wurst. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade meine Wurst verspielt. Die perfekte Wurst. Leicht angeschwärzt. Immerhin beidseitig. Das ist gut für den ausgediechenen Geschmack. Grillprofi Dirk macht hier sich wieder selbst alle Ehre. Ja. Die Luxus-Variante mit Brot. Die Variante für Arme ohne. Und dazu leckeren Bautzner Senf. Sehr lecker Dirk. Gut gekocht. Ja, so langsam wird der Kreis hier größer. Da haben wir eine Nicole oder Nadine oder Yvonne, je nachdem wie ihr wollt. Ah, Nicole reicht nicht. Also den Scherz versteht ihr erst, wenn ihr andere Videos von uns geguckt habt. Hallo, Phoenix. Birgit und Walter sind hier. Phoenix, Monika ist auch irgendwo. Genau. Da. Da ist Monika. Hi. Was bringst du wieder mit da, Nicole? Nadine? Oh. Peanut Butter M&Ms. Extra für Kai. Oh, weiß. Der guckt auch schon hier. Aber du willst es gar nicht. Ich kann es Sonja geben, oder? Nein, nein. Ich nehme das schon direkt in den Kühlschrank. Und das Gefrierfach natürlich. Dankeschön. Dankeschön. Lecker. Gefrierfach haben wir auch. Kannst du dir noch ein zweites reintun? Oh, ist ja wie Weihnachten. Wie Weihnachten. Danke. Und selbstverständlich die Streuselbrötchen-Lieferung. Die dürfen ja auch nicht fehlen, die Aachener Streuselbröter. Das Thema Markise nochmal. Unser eins besitzt ja keine. Zottel hier, schön seitlich, ohne Balken. Der Vorteil von einer Markise ist allerdings, vor allem, wenn man dann auch clever genug ist, drunter zu sitzen. Es scheißt einem kein Vogel auf den Kopf oder aufs T-Shirt. Alles super gut. Denn manch einer, der eine Markise besitzt, wir nennen jetzt mal keine Namen, aber er läuft jetzt hier gerade im Hintergrund durchs Bild. Der ist so clever, der setzt sich nicht unter seine eigene Markise. Der sitzt halt unter Baum und dann hat es da Tauben und die Tauben. Was machen die? Die werfen Eicheln vom Baum. Und was machen die noch? Scheiße wie voll. Genau, sie scheißen ihm aufs frisch anzogene T-Shirt. War geil. Ja, toll. Herzhaft gelacht. Das war super. Wir haben gut gelacht hier, ja. Die werden schon schwarz, wenn du nur so drauf legst. Seht ihr das? Der Ander ist an meinem Grill zugegangen. Kommt das gut? Wir werden sehen. Also zumindest ist der Grill hier so schmutzig, dass die Würstchen schon schwarz werden, wenn man so nur drauf legt. Ja, natürlich ist das so. Mann. Das ist die gute Patina für den Geschmack. Ah, guck mal hier. Ja, natürlich. Das muss so. Hallo. Kann ich sie auch direkt in die Asche legen? Ja, wir können auch den Grill wieder ausmachen. Wenn du wendest sie ein paar Mal, dann sind sie auch schwarz. Also Resultat wie immer. Ne, alles brennt. Aber du kannst unterschiedlich regeln, wenn du willst. Ah. Woher weiß Dirk jetzt wieder, dass ich Nackenschmerzen habe, dass er mir das da hinlegt, dass es kühlt. Das ist so ein netter Mensch. Der Typ. Schade wohnt er so weit weg. Ich würde ihn sonst jeden Tag linksechten. Kannst du denn, das nehme ich jetzt als Drohung. Kannst du deine Luxus grillen? Also man kann hier ganz klar festhalten, wir haben hervorragend gegrillt. Das geht gar nicht besser. Da ist nichts schwarz. Ein paar schwarze Punkte hat es. Das muss so sein, dass es ein bisschen knuspert. Der Dirk hat einfach keine Ahnung, aber das ist ja auch jetzt nichts Neues. Also Walter hat perfekt gegrillt. Den kann man brauchen. Würstchen sind fertig. Von Travel Camping Living wird wieder so viel gelogen. Das sind ja wirklich eindeutig schwarze Kohlereste da. Aber die sind wahrscheinlich noch von dem Grill. Und nicht von der wunderbaren Grillkunst unseres Meisters. Schleimt ihn nicht rum. Du Fenix. Und wie ist die Wurst? Ehrliche Antwort. Dann haben wir wenigstens beide eingezogen. Hat er gut gemacht, der Walter. Ja. Sie ist ein bisschen dunkler geworden punktuell. Auf dem völlig schmutzigen Grill. Am liebsten würde ich sie ihm jetzt wegnehmen. Aber die ist mir zu schwarz. Die wollte ich jetzt nicht essen. Das war's für heute. Wieder zurück ins Hotel. Jetzt geht's pennen. 23 Uhr. Wir sind durch. Morgen neuer Tag. Neues Glück. Eins noch. Herzlichen Glückwunsch. André. Nach Mecklenburg-Vorpommern. Alles Gute zum Geburtstag. Deine Frau Annett hat das organisiert für dich. Und schöne weitere mindestens 50 Jahre gesund und munter hier auf diesem Planeten. In diesem Sinne. Daumen hoch da lassen, wenn es gefallen hat. Wir gehen jetzt pennen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.